Im Grunde genommen, wenn Sie QE mit einer anderen Person machen, dann interagieren Sie da eigentlich mit sich selbst, die auf andere Art und Weise reflektiert wird. Sie können jetzt zum Beispiel sagen, ich bin die Farbe grün und der andere ist die Farbe rot. Und dann hier ist die reine Bewusstheit oder das reine Licht. Hier ist das Eu-Gefühl. Und dann, wenn pure awareness shines through you-feeling, dann breaks up into what? Und wenn die reine Bewusstheit dann eben durchleuchtet, dann teilt sich das auf in Peace, Joy, Friede, Freude, Liebe. So, wenn Sie ein Prisma haben, und das reine Licht durch dieses Prisma durchgeht, dann entstehen daraus die verschiedenen Farben. Das heißt, es gibt zwei Möglichkeiten, sich selbst zu betrachten. Sie können sich selbst betrachten als grenzenlose, reine Bewusstheit. Oder Sie können sich selbst betrachten als die Reflexion durchs Eu-Gefühl hindurch, nämlich dann als Frieden oder Freude oder Liebe. Die meisten Leute haben nicht mal diese Möglichkeit. Die leben im Alltagsbewusstsein und sie sehen sich oder betrachten sich als arm oder als sehr beschäftigt, als glücklich und so weiter.